Und allöchen ihr Lieben, hier ist wieder euer Foxy. Jetzt wird wieder Zeit, hier mal ein bisschen ein paar Filme zu präsentieren, die ich so in letzter Zeit so mal ein bisschen gesehen habe. Und ihr seid bestimmt gespannt auf den einen oder anderen, der mal neu drin war, was ich dazu zu sagen habe. Und einen davon den neuen habe ich, die ich mir geholt habe, habe ich sogar schon gesehen. Fangen wir doch damit einfach mal ganz schlicht und einfach an mit Sweet Home. Ihr erinnert euch, das ist der Macher von Rec, wo selbst mein Bruder gesagt hat, Oh, ich hoffe, der ist gut, weil Rec ist normalerweise nicht so ein Film. Er hat auf jeden Fall super positive Bewertungen, Rec. Und da müsste ich eigentlich doch mal schauen. Es gibt auch deutlich viele Teile schon davon. Mal schauen, vielleicht ist er doch gar nicht mal so schlecht. Weil dieser Film, Sweet Home, muss ich sagen, sehr gut. Kriegt von mir eine super Bewertung. Allein diese Geschichte finde ich sehr, sehr gut. gemacht, erzählt und der Killer, der ist auch skrupellos. Fangen wir einfach mal an mit dem kleinen Story. Da ist eine Frau und ein Mann, die sind zusammen. Und er hat den Geburtstag, der Mann. Die Frau will ihm natürlich ein kleines Geburtstaggeschenk machen. Der hat aber so leichte Sachen. Also er möchte ihm das Geschenk haben, dass man kein Geld ausgibt. Weil er hat da selber so nicht wirklich Geldprobleme. Aber er mag dann sowas nicht. Er würde gern mehr Geld verdienen. Es ist aber nur eine Nebennichtsstory, wo es denn ist. Die Frau ist hier, guckt sich die Häuser an und muss den Mängel beschriften und so. Wie nennt man solche Personen? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber darum geht es ja gar nicht. Die oberen Gebäuden, das war meine Schwester gerade, die oberen Gebäuden ist eine Person noch drinnen. Das Haus soll abgerissen werden, wenn es nach gewissen Leuten geht. Und ja, was soll ich dazu sagen? Die hat dann vergessen, den Schlüssel abzugeben und hat sich vieles umgebostet, was Spezielles gemacht. Unten sind die Räume halt alle leer und sowas alles. Und sie fährt mit dem Freund dann zu dieses Gebäude. Augen werden verbunden und da sind sie dann. Der freut sich dann so ein bisschen. Die haben da so ein bisschen ihr Vergnügen dran. Hat auch nicht viel gekostet. Aber dann kommen diese Leute, die den alten Mann halt um die Ecke bringen, sage ich mal ganz grob. Hauptsache, das Haus ist leer und das können sie abreißen, damit neue, wie haben sie das ja gesagt, Apartments gemacht werden. Ich weiß nicht, wo jetzt da wirklich der große Unterschied dazwischen ist. Sie hat gesagt, ich wohne hier in der Wohnung, aber die wollen hier neue Apartment draus machen. Ich dachte immer so, dass wir mehr oder weniger dasselbe. Aber vielleicht, das ist amerikanisch, ich bin da auch immer nie so ganz. Für mich sind das auch Wohnungen. Egal, unwichtig. Und die Leute haben ihn dann gekillt. Die Frau und der Mann ist dann natürlich auch in der Wohnung drin. Und haben den Killer leider gesehen. Und sie können auch den einen oder anderen überwältigen, bis der eine denn hier gefesselt war. Und doch einen Anruf tätigen konnten vorher. Und da kommt dieser, der auf dem Cover ist, der super möchte, gemackert. Der ist natürlich dann auch kein Blatt vom Mund. Und der hat einfach den Mann, der da gefesselt war, einfach auch gleich gekillt. Also ohne groß mit den Augen zu wenn, wenn und dem wird es richtig spannend. Was mich an diesem Film so reizt, ist diese Frau, die ist da nicht so den Schreihals. Die hat da wirklich total was drauf. So ein kleiner MacGyver nenne ich das auch mal gerne. Sie weiß, was sie tut. Sie ist intelligent und versucht, das ganze Kram ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und daher fand ich den Schluss ein kleines bisschen enttäuschend, wie sie geschnappt worden ist. Sie war eigentlich voll intelligent und wurde dann geschnappt. Was ich ihr gar nicht zugetraut hätte. Wie gesagt, sie war eigentlich so intelligent im Film. Und da war dann gut. Sie musste auch mal gefangen werden, damit man noch ein schönes Finale. Und das Finale werde ich natürlich nicht erzählen. So, weiter so im Film. Sicher war ich ein bisschen abgeschweift, ein bisschen länger gebraucht. Ja, komm, wir mal so das kennen. Habe ich mir einfach auch mal so Gute getan, mal angeschaut. Und natürlich, der Film ist und bleibt ein super Film. Wer den nicht kennt, ich gehe mal davon aus, viele kennen ihn aber. Ist halt schon ein älterer Film und hat natürlich auch super Bewertungen bekommen. Und ich finde ihn auch mega. Eine Sechsergruppe Frauen wollen hier eine Höhle durchsuchen. Ich werde jetzt mal die Nebenstory mal ein bisschen abweichen, weil die eine da Schwierigkeiten hatte. Also Familie verloren. Darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen. Die sind halt in der Höhle und die eine hat dann da so ein bisschen beschissen. Sie wollen eine spezielle Höhle durchsuchen. Sie sind aber in eine andere reingegangen. Das wussten die Frauen aber nicht, weil die eine Bossfrau, die da so machen kann, wollte diese Höhle für sich entdecken und sagen, wir wollten denen Namen geben, wir wollten denen Kunden und sowas alles. Auch das schwamm drüber. Doch da waren Kreaturen drin. Ich würde sagen, Fledermaus-ähnliche Kreaturen. Keine Vampire, nein. Das sind schon andere Wesen gewesen. Vampir-ähnliche Wesen, die sich wohl, ich schätze mal, die Menschen sind dann da mal reingekommen und haben sich dann so entwickelt, dass sie da halt leben konnten. Sehr, sehr spannend und gut erzählt die Story. Und ja, gibt es eigentlich gar nichts weiter zu erzählen. Bleibt ordentlich spannend. Interessant finde ich halt die Höhengänge auch, wo eigentlich die Monster noch gar nicht drin waren. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis die Monsters auftauchen. Und trotzdem war es halt spannend, wie denn da auf einmal der Eingang einstößt und zu suchen nach einem anderen Ausgang. Und, und, und. Wirklich sehr, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Film. Das heißt, Werewolf Rising. Das habt ihr auf Amazon Prime gesehen. Der ist okay. Ja, kann man durchaus sehen. Jetzt kein richtig guter Film. Aber trotzdem gut gemacht. Das Cover ist natürlich total Blödsinn. So extrem ist das nämlich ganz. Also auch da ist eine, eine, eine Frau, die kommt von der Großstadt zurück in ihre Heimatstadt, weil sie da so leichte Probleme hatte. Auch da. Sie war, sie ist Alkoholigerin. Soweit ich das da verstanden habe, weil sie auch so ein Button, der Anti, ich gehe mal von aus, Alkoholiger ist. Ähm, kam so nicht ganz raus. Könnte, was weiß für ein Suchmittel gewesen sein. Ähm, aber da sie später noch zur Flasche gegriffen hat, weiß man das nicht. Sie hat sich auf jeden Fall mit einem Menschen angefreutet, der sich aber aus dem Vampir, äh, aus dem Wehrwolf verwandeln wird, wenn es Vollmond ist. Und die Story hat zu Schluss, klack, noch eine ganze Wendung und weiß dann auch, worum es da denn geht. Auch hier möchte ich nicht weiter tiefer reingehen. Ähm, wenn ihr neugierig seid, schaut euch den doch einfach mal an. Der ist nicht schlecht. Ein bisschen trashig, der Wehrwolf. Man sieht auch leider keine Verwandlung, wie in Amerika ein Wehrwolf, wo eine schöne Verwandlung da ist. Ist leider alles nicht drinne, aber dennoch gut anzuschauen. Jetzt kommen wir zum letzten Film und das ist das Nebel im Haus. Auch das habe ich bei Amazon Prime gesehen und muss sagen, schade. Das Haus im Nebel ist, ähm, ein netter Titel. Deswegen habe ich mir den mal angeschaut, aber muss schon sagen, sehr nüchtern erzählt. Gut, ist aus den 70ern, aber ich denke mir, auch da hätte man was machen können, weil es gibt schon alte Filme, die deutlich besser sind als der. Ich gehe mal von aus, da hat man so ein bisschen abgeguckt, Nebel, was zu machen. Ähm, ich muss sagen, da war ich wirklich sehr enttäuscht. Wenn man so die Handlung so ein bisschen sieht, man hätte deutlich mehr draus machen können. Haben die aber nicht. Ja, auch da geht es denn hier, die fahren da dann alle rum und, 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 ja, eine Gruppe verfährt sich durch den Nebel und landet in einem speziellen Haus und, und da ist dann ein Killer und eigentlich gibt es ja dann auch nicht mehr zu erzählen. Sag ich ja, die Story alleine wäre gut gewesen. Wenn die Schauspieler auch ein bisschen, da ein bisschen besser gewesen wäre, ja, da sehr leider ein bisschen lasch gehalten. Eure Meinung zu den Filmen ist gefragt. Schreibt es doch einfach in die Kommentare rein, falls ihr das habt. Und, ähm, ja, was soll ich dazu denn noch sagen? Den kann man nach meiner Meinung aus weglassen. Die anderen kann man durchaus sehen. Und wer mal wirklich den Sweet Home noch nicht gesehen hat, den kann ich den wirklich nur empfehlen. Das war einer von den Besten, die ich je gerade präsentiert habe. Ähm, ja, durchaus ansehbar. Okay, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Immer dran denken, Leute. Wir sind nicht fix, sondern die Foxys.